Moin moin Leute, damit herzlich willkommen zum ersten Battlegrounds Video. Das ist die erste Runde, die ich für YouTube aufgenommen habe. Witzigerweise habe ich natürlich gleich total dumme Rolls bekommen. Und ihr wisst, ich kann mal sowas einfach nicht widerstehen. Wie weit ich mit diesem Müllbild gekommen bin, seht selbst. Die sind beide scheiße, man. Ja, I guess. Demons, Dragons, Elementals, Murlocs, Pirates. Was ist da? Ich weiß nicht. Ist doch scheiße. Ja, okay. Ruhig dich. Eins. Okay, Insta-Triple halt. Ja gut, habe ich gesagt. Egal, das ist übeldumm, aber das machen wir. Das ist übeldumm. Oh no. Er ist stärker. Okay. Weiß ich jetzt nicht, Freunde. Weiß ich jetzt nicht. Aber egal. Oh man, das wird richtig scheiße. Okay, er hat sechs Leben. Wie kriegt man den denn mit Leben hoch? Also wir könnten ihm quasi Taunt geben und dann mit Rüstungs-Buffern Taunt-Buffern hoch. Aber. Oh je. Hey, ein Plan, Mann. Was bringt... Achso. Na ja, dann los, ne. Ja, das wäre ein Plus-Eins-Plus-Eins. Buff. Why not? Oh man, jawohl. Easy Level, bro. Ja, der wird halt Infinite Attack haben. Aber so, I don't know, man. Was bringt... Er hat halt kein Leben. Der wird sich jetzt auch denken, moin, was geht da ab? Ja, scheiße. Das ist halt absolute Gülle. Könnte halt auch einfach leveln, ne. Jawohl. Gehe ich auf Dragons oder was? Aber das ist... Was ist das? Das ist so mies, Mann. Wenn es uns einer Dragons... Ja. Wenn er ja mehr Leben hätte, ne. Das wäre geil. Aber so... Ich weiß ja nicht. Oh je. Ja, geile Hits. Perfekt. Oh man. Scheiße. Ist jetzt die Frage. Wie gibt man dem Jungen mehr... Ihr wisst Bescheid, ne. Na, es ist zwar ein Dragon, aber... Kriege ich da nicht einen besseren? Ja. Ich weiß es doch nicht, Leute. Was für ein Müllbild. Wir müssen das Beste draus machen. Wir müssen einfach das Beste draus machen, Leute. Das wird schon. Oh je. Der ist ja voll am Start. Ja, nein. Okay. Gute Hits. War okay. Ich hätte aber mehr aufs Maul kriegen können. Das ist alles nicht das Wahre. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ist das hier irgendwas? Nee. Natürlich nicht. Ja, moin ey. Oh. Oh ja. Hätte ich ja fast richtig reingeschissen. Alter, was ist das für ein Bild, Mann. Weiß ich ja jetzt nicht. Oh, als ob der nicht mehr kaputt... Jawohl. Immerhin. Immerhin rickige ich ihn richtig weg. Wow. Nice buff, Digga. Scheiße. Scheiße. Das wird ja gar nichts, Mann. Ich muss leveln, Mann. Geht nicht anders. Vielleicht gibt er mir noch einen Welpen. Natürlich gibt er mir keinen Welpen. Das ist so scheiße, Mann. Oh, Leak. Die Tags sind da. Aber sonst war es das, Mann. Ja, ich glaube, das ist gerade nicht so gut. Es wäre jetzt nicht so gut. Aber ich weiß auch nicht, wie man die spielt hier. Ich finde ihre Power halt mega scheiße. Außer wenn du hier richtig auf High Level bist, bringt dir das überhaupt nichts. Oh, je. Nice. Nice. Ja. Ja, ich bin mal even, Alter. Nice. Wir kommen langsam dran. Oh. Oh. Ja, okay. Ich habe halt nur Drinks. Nein, das ist eigentlich dumm, das zu kaufen. Es lohnt sich halt null. Okay, irgendwas muss ich loswerden. Der ist scheiße. Ja, okay. Ein Gold verspendet. Perfekt. Oh. Kann man so ein Bauer sein. Kann ich hier noch irgendwas schönes kriegen. Oh, nice. Attack Buffer. Ich habe ja noch nicht genug Attack. Ich weiß es nicht, was ich hier mache. Ich weiß es nicht, was ich hier mache. Ich muss halt probieren. Aber der Welpe muss auch weg. Das ist einfach scheiße. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber der ist eigentlich so wrong. Oh mein Gott. Wenn ich hier das schon wieder sehe. War das ein Souljugger? Der hat doch gar keinen Souljugger weggemacht, oder? Ja, nice. Da ist mein Riesenvieh schon wieder weg. Das sieht gar nicht gut aus. Au, 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 au. Ich glaube, ich bin gleich RIP. Oh, ich darf gegen den Ghost kämpfen. Ja, weißt du was? Ich würde sagen, dann fuck it. Ich level einfach. Der ist schon ewig raus. Ja, der braucht das. Perfekt. Imagine, man würde jetzt verlieren. Es wäre so bitter, wenn du dir denkst, so ein Ghost von ein paar Runden vorher zu bekämpfen. Wenn du einfach scheiße bist. In der Runde, wo man einfach verlierst. Oh, Mann, ey. Warum muss ich denn gegen den ersten kämpfen? Hallo? Mich verarschen, Mann. Ja, okay. Let's go. Oh, dann schon mal Kaligos. Aber irgendwann muss ich jetzt loswerden. Ich denke mal, den werde ich hier auch raus machen. Dann, ähm, wer kriegt denn am besten Tor und... Die beiden, wahr? Yes, please. Ähm, da wäre ein Brand noch mal. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Oh my fucking God. Hey, no way. Okay. Weiß ich nicht. Ob das too late ist? Gibt's noch Damage Cap? Nein, es gibt keinen Damage Cap mehr. Okay. Okay. Das ist doch... Machbar. Das ist nicht machbar. Zwei... Zwei Attack haben gefehlt. Okay. Okay, ich bin aber noch drin. Ich bin noch drin. Komm, lass mich in Ghost kämpfen. Bitte, 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 bitte. Okay, scheiße. Das ist der Demon Boy. Hm. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich noch Battle Crys hier. Ja. Und ja. Und ist sich den so zu behalten? Müsste ja auf jeden Fall, sag ich mal... Hinter. Oh, schade, kein Battle Cry. Ja, gut. Nein. Oh my God. Der hat die richtigen Brüge knallen. Eieiei. Oh, Junge. Das wird nix. Der verdammte Soul Juggler. Oh my God. Er reckt sich gegen. Es reicht genau. Nicht. Ja. Lass mich Ghost kämpfen. Bitte, 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 bitte. Ja. Fucking hell. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich muss leveln, ne? 810 Attack. Nice. You're nice. Welche ist denn das? Oh, der ist gerade raus. Oh je. Ich darf auch nicht zu greedy sein. Ähm. Oh, der könnte sogar echt nützlich noch sein. Wobei der auch. Scheiße. Bin ich greedy? Könnte halt ultra greedy sein gerade. Ja, komm. Ja. Ja, doch. Eigentlich. Ich meine, das ist ein plus 6 plus 6. Ne, 7 sogar. Oh, der Mörlok Knabe. Oh je. Nice. Das war ein guter Hit zum Soaken. Alter, nice. Oh ja. Ich bin auch ingame. Ich sag es euch. Das ist mein Comeback. Außer ich muss jetzt wieder gegen den ersten gleich ballern. Na, Digga. Es war so klar. Die Frage, wen schmeiße ich in dem Zweifel raus, wenn ich keinen Triple kriege? Ja, okay. Das ist zu, zu wertvoll, Mann. Nur Scheiße, Mann. Aber immerhin Battlecry. Eieieiei, wird das greedy. Oh, Mann. Brauche ich hierfür noch einen? Ne, ich roll lieber. Ich glaube, verdammt noch mal kein Kaleos, ne? Ja, gut. Habe ich gesagt. Das wird was. Scheiße, Alter. Scheiße, was hat denn noch mal Mörloks? Ach ja, war das. Ich weiß nicht, so ein Kaleos ist halt einfach, ich weiß nicht, damit Wachen zu setuppen ist einfach nicht machbar, Mann. Ich sag, er kriegt vielleicht Gottes Schild oder so oder irgendwas oder Gift von mir aus. Nein, Digga. Tornt, Junge. Wäre ja sogar der Buff besser gewesen. Plus 1, plus 1 Buff. Nice. Ja, gut, dass der Attack hat, ist mir eigentlich egal. Oh, ich habe sogar gewonnen. Alter, nice. Die Drachen kommen online, ich sag's dir. Oh, das tut weh. Komm schon, jetzt brauche ich aber hier was Gutes. Lohnt er sich jetzt noch? Er ist halt besser als, keine Ahnung. Kacke, Malkodon. Nur Deathrattle, Alter. Gib mir doch mal hier Dinge ins, bitte. Ich kriege keine Scheiße. Keine... ...Pedicrys. Jo, weiß ich jetzt voll nicht. Er ist schon besser als der hier. Aber für einen Buff. Boah, ist das greedy gewesen. Ja, ne? Jetzt habe ich immerhin falls einer Kleefert oder so. Ich versuche mich hier halt irgendwie rauszureden. Oh, gegen Pirates, Mann. Er ist aber noch nicht Level 6. Eine Streak. Ja, ich habe auch eine Streak. Warte ich nochmal, komm. Ich würde den Triple Caligoss haben. Ey, wenn ich direkt in der ersten Runde mal gewinnen würde, es wäre so geil, halt. Mit einem HP und diesem Kack-Bild. Komm schon, es ist nicht so hohes MMR, bitte. Oh mein Gott. Ja, da hat er mir schon mal gut das Gottes-Shit gestealt, Alter. Holy Shit, Mann. Nee, das war's, das war's. Fuck. Nein, Mann. Warum muss ich auch als gegen den ersten spielen, ey? Scheiße. Ach komm, dritten Platz hätten sie mir geben können. Scheiße, Mann. Ja, dein Maul. Nein, nein, darn Pontief. Scheiße. Das war's. chợ. Und das war's. Hans Schatz. aber wahr, ich kann dich schraегод dich zur Situation. ственn. selbst, ne, ne, dich na,